Ja, noch so eine Runde und dann können wir wieder online gehen. Fühlst du dich bereit? Ja. Na dann. Das sehe ich hier ja ganz lustig. Todsfabrik. Okay, die kenne ich gar nicht. Das ist auch ganz lustig. Beziehungsweise habe ich wahrscheinlich in meinem Leben schon vielleicht einmal gefahren oder so. Irgendwie macht mir das Spaß. Ah ja, aber ich glaube, die habe ich schon mal in so ein paar Let's Plays gesehen. Du siehst, die Fließbänder sind das Markenzeichen der Strecke. So. So, wir fangen mal an. Legen mal und kriegst du es hin. Legen mal. Fühlst du sicher halt. Ich lasse dich mal vor. So, und driften. Das war jetzt nicht unbedingt meine Absicht, dass du das Item von mir klaust. Ich kriege wieder die Wolke. Ich hasse die Wolke. Wolken kann man übrigens nur abgeben, wenn man einen Gegenspieler rammt. Der kriegt die dann. Und die bleibt halt eine bestimmte Zeit da. Ich weiß gar nicht, wie lange das genau ist. Und danach passiert das. Man fehlt alle Items, man ist klein, man ist lahm wie sonst was. Und ja, man hat keinen Spaß mehr am Leben. Oh, die Stelle, die du eben gesehen hast, ich denke mir, du hast ein Video gemacht. Ja, ich hab's versucht und dann... Hat aber nicht so wunderbar funktioniert. Das ist gerade normal, dass du immer auf den grünen Treifen bleibst. Ja, das hätte ich mir gedacht. Die Wolken drehen sich halt aus. So, ich mach jetzt gerade die Abkitzung vor, wenn ich sie kann. Du weißt nicht. Pilz hier zünden, springen und man nützt wieder das Wasser drüber. Eigentlich springt man dann ein bisschen enger, weil man den Buchstreifen erwischen will, aber ich war gerade froh, überhaupt was geschafft zu haben. So, jetzt lebe ich mit Bananen ab. Wo? Geht mir gut. Richtig schön, die Flutkugel. So, ich zeig jetzt, wie das mit den Wolken ist. Du bist ja für den Arsch. Leide, Leide. Du kannst auch stehenbleiben, mir die abheben. Ja, ich versuch's. Ach, egal. Oh ja, passt schon. Ja. Ich hab dich ja lieb, Try. Also hier am besten immer Weidi durchziehen, aber man muss halt achten, dass du nicht direkt von der Kiste irgendwie die einsetzt, sonst knallst du halt dagegen. Ach, echt? Ja, und die bremst sich halt auf ziemlich null runter. Aber in einer bestimmten Zeit ändern die beiden Streifen hier eure Richtung. Muss man halt darauf achten, dass man nicht irgendwie blind immer das gleiche fällt und dann, so wie du, in den Rotenlandes? Ah, nee, das war eigentlich, weil ich ein Willi hier versucht hab und dann noch getrifftet bin. So viel auf einmal, das geht nicht. So. Schlamm bremst einen aus, ist relativ logisch. Deswegen immer schon die Busstreifen erwischen. Wow. Ja, das ist relativ logisch, ist aber egal. Weil diese Stammphäre sind irgendwie auch sehr doof, wenn man drunter gerät, wenn sie unterstammt sind, dann ist man nämlich so platt wie ein Platzpapier. Ja. Hätte ich jetzt mal einen Willi machen können. Richtig. Aber den kannst du jetzt hier machen. Also am besten, hier kannst du dich gut orientieren, wenn du geradeaus anfährst und durch Itemboxen fährst, kann dir eigentlich nichts passieren. Ich versuch's. Also ich bin jetzt gut durch. Gut durchgekommen, ne? Du wirst gleich nochmal die Abkürzung, auch wenn die eh total ins Lingen wird. Ach, scheiße. Du kannst ja versuchen, mich abzuschließen. Digna, wenn du ein Item hinten dran hältst, kannst du ein zweites ansonnen. Ja, das war's. Ja, du. Aber die da draußen fächig alle. Jo. Ich sammle wirklich immer nur behinderte Banaten, ne. So. Oh, was ist so? Ja, die bei den Wänden verschieben sind. Ah, okay. Was passiert, du siehst, das sollte eigentlich jetzt nochmal. Ja klar, dass die Buchstreifen wechseln. Ja. Okay. Du kannst doch diese Halfpipes entlangfahren und bringst dir eigentlich nichts, weil du am Ende eh im Schlamm landest. Ja. Und da hast du nichts von. Okay, du willst wieder online spielen. Jo. Fühlst dich absolut sicher. Jo. Du willst jetzt mindestens ein 6x-Trainin. Ist das das beste Training. Ja, bei mir lernt man. Das ist toll. Ja. Du gehst ja nicht zum absoluten Profi, weil ich einfach nicht alles weiß, aber die einen Basis-Basics. Ja, ist schon okay. Ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, wir bekommen eine halbe Million Kommentare. Ja. Äh, was ich denn hätte bitte besser machen sollen und wisst ihr was? Oder was ich eben hätte besser erklären sollen. Richtig. Das ist dem Teddy egal. Richtig. Ich mach nur mein Ding und... Nein, Quatsch. Ich bin über jeden Tipp, den ihr mir gebt, froh. Ja. Ich mein, ich freu mich über jedes bisschen aufmerksam. Was mich jetzt so ein bisschen schockt, ist halt diese Sägeerrung jetzt. Weil, ich meine... Äh, äh... Falsche Reihenfolge. Ja, er hättest mich halt nicht gewinnen lassen sollen. Wir melden uns dann gleich wieder, wenn wir online sind und... Ja. Bis dann. Tschö. Bis gleich. So. Wir melden uns online zurück. Wir warten auf Mitspieler. Genau. Wir spielen jetzt kontinentale, das heißt Europa allein. Kommt ja keiner. Es gibt keine Europäer mehr bei Mario Kart. Doch so viele. Wow. Ist toll. Sind es doch Franzosen oder haben wir die? Äh, la, 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 la. GP7 Killer. Das könnte sogar ein Clan-Spieler sein. Das könnte... Das könnte ein Clan-Spieler sein. Clans sind... Gruppen von Menschen, die gegen andere Gruppen von Menschen Mario Kart spielen. Und leider hat sie nicht gut sein. GP7 sagt mir was. Können sogar das Deutsche sein, glaube ich. Doch, ich glaube schon. Das ist ziemlich lustig. Vielleicht kenne ich die Person sogar. Ist sogar möglich. Ich glaube von GP7 habe ich mal ein paar Leute in Skype geaddet. Ist ja lustig. Vielleicht ist es ein Abonnent von uns. Es ist möglich. Das wäre verdammt lustig. Äh, wir gucken jetzt GP7 Killer so ein bisschen zu, wie er fährt. Ich habe fast Lust irgendwie gerade an meinem Laptop zu rennen, um mal nachzugucken. Einfach, ja. GP7? Ich glaube es war GP7. Ich gehe jetzt nachgucken. Teddy, unterhalten mal und beschreib den Fahrstil. Ja, also man sieht hier, dass er so lauter, also jetzt sehe ich gar nichts mehr, weil Trice Fett ist, äh, fette Arsche, weil Trice Fett der Arsche in front of me ist. Ja, man sieht hier eindeutig, dass ich keine Ahnung habe, wie man diese Strecken fährt, weil der fährt hier irgendwie ganz anders, als ich sie fahren würde, so mit lauter Dingsbums. Aber sonderlich gut ist er nicht. Also der fährt ja in jeden Panzer rein, den er finden kann. Also gut, ich meine jetzt wahrscheinlich immer noch Welten besser als ich so. Und dann hier noch so ein bisschen schön in die Halfpipe rein. Und oh, da ist eine Wolke für ihn. Ähm, das ist ja komisch. Äh, ja, er fährt nicht sehr, ich sehe einfach nichts, weil da dieses viele Schrift davor ist. Aber, äh, wenn, ja, und jetzt noch Blitz natürlich und dann fast noch in den Panzer rein. Was zur Hölle? Ja, und dann geht es da jetzt hoch auf den Berg und dann geht es, das wird langsam ziemlich dämlich. Beeil dich mal ein bisschen mit dem Gucken. Autsch. Jetzt hat der liebe Tricer mich getreten. Jetzt habe ich, Moment, ich muss nochmal kurz weg. Macht ja die Tolle, oder? Ja, total. Äh, ist Killer zweiter? Ich glaube Killer ist zweiter. Echt? Ja, der fährt dem, äh, Mrs. P. Oder? Nö. Doch, fährt eigentlich gar nicht so schlecht. Also nicht so schlecht, dass Killer sie jetzt schon überrunden könnte. Nö, hat, ja, müsste eigentlich. Wir schauen mal, freut er sich, sie. Ja. Killer hat verloren. Das tut mir das, Killer, falls du Abonnent bist. Weil Teddy ist jetzt da, du hast was zum Gewinnen. Freu dich. Super, und was wolltest du jetzt gucken? Ob ich Kinder habe. Achso. In Skype, aber ich hätte mal ein Skype-Büste aufgehören. Das ist natürlich auch echt schön, dass wir das jetzt alles so live machen. Ja, das ist authentisch. Ja, klar. So, ähm, bitte warte. Das ist bestimmt Franzose. Goulois. Schwul. Äh, hast du einen Streckenwunsch? Nö. Dann wünsch dir was. Ist mir egal. Zufall. Zufall ist, unglaublicherweise, eine zufällige Strecke von den gehörbaren 32 Kursen. Das hat sich irgendwie so durchgesetzt, dass in Mario Kart immer 16 neue Strecken sind. Und 16 alte von allen möglichen Teilen vorher. Äh, wie jetzt zum Beispiel DSP jetzt Halle der Fino. Deswegen steht der ist davor, weil die Strecke erstmals auf dem DS zu fahren war. Das hat nur jetzt angepasst in der CD-O-Gradie gespielt. Ist sehr nett und toll. Schauen wir doch mal, was Teddy reißt. Und Fehlstart. Ich hab dir vorgemacht, wie man nicht startet. Aber du hast wieder nicht aufgepasst. Los, wir machen Teamwork. Ich geb dir Windschatten. Oder du weißt meinen Windschatten aus. Das ist auch okay. So, ein bisschen driften. Und dann wie. Ich bin mal gespannt, wie du fährst. Und dann gegen das Haus. Ja, du kennst die Strecke nicht. Was? Du kennst die Strecke ja noch nicht, ne? Ja, das ist ein bisschen doof. So, es gibt hier zwei Abkürzungen. Die eine hab ich nie geübt. Die andere ist relativ einfach. So, ich fahr jetzt einfach ein bisschen mit Bande. Ja, das ist okay. Jetzt drifst du gleich schön. Hier ist übrigens dieser Schlammweg. Mit einem Pilz ist das wunderbar zu nehmen. Ich hab keinen Pilz mehr. Das ist die Standortabkürzung, die jeder kennt. Ich lass mich ein bisschen beschäftigen. Oh, ich kann den Blauen dodgen. Nein. Schade. Ich konnte ihn nicht sehen. Ist ja cool gewesen. Wird voll angeben können. Mit meinem Skill. Äh, mit Pilzen kannst du auch von Gras nicht aufgehalten werden. Achso. Kannst du schön drüber ziehen. So, mit einem Weedy. Okay. Einfach eine Krage ziehen. Ist wunderbar. GP7 Killer. Ich bin immer noch am Nachdenken. So, ich bin gleich überrundet. Nein, du bist auf vier. So, Mrs. P. Geht mal drauf. Der ist sich relativ gut, muss ich sagen. Der Killer. Okay, dann mal einen Stern. Da hast du Glück gehabt. Also am besten nie Pilze in Kurven einsetzen. Außer du bist schon richtig gut im Drift drin. Schauen wir mal, wie er die Kurve... Oh, wie hast du schön genommen fast. Aber nur fast. Warst du ein bisschen zu glücklich gerade. Okay. Und was ziehst du? Den hättest du halten können. Hätten ja Teamplay machen können, dass ich den anderen vorlass und den einschießen. Ich wollte den eigentlich nach hinten raushängen. Das kannst du leider nicht. Ja, du hast gesagt, ich könnte Items nach hinten raushängen, damit ich mir neu... Ja, das musst du mir sagen, mein Freund. Ich kann ja bitte... Ist ich gerade selber abgeschossen? Was? Das sah so aus, als hätte er einen Roten auf mich geschossen und dann hätte ich ihn getroffen. Vielleicht war es auch der Baby-Bowser. Ja, es gibt übrigens eine Minikarte da rechts, falls das noch keinemal aufgefallen ist. Gebt den Tische. Das ist immer nur so scheiße. Halt dir mal einen Pilz auf. Ich will das jetzt sehen, wenn du die Abkürzung fährst. Ich gucke auch... Ach, noch ein blauer. Habe ich schön. Das ist der dritte, der auf mich geht heute. So, du siehst gleich Kisten. Das ist der Killer da. Da, Killer, geh mal weg. Da rechts, genau. Du fährst gleich da rechts rein, ja? Nein, noch nicht zünden. Erst auf dem... Genau. Und jetzt, ja. Du musst heute aufpassen, dass du auch nicht über die Schiene ausschießt. Du hast zumindest die Abkürzung jetzt gesehen. Du musst dich halt üben. Wie alles in dem Spiel. Das kannst du mal zeigen. Mit dem Stern kannst du einfach schön über Gras fahren. Das passiert nichts. Das ist auf der Straße. Ist okay. Ich habe auch noch kein Problem. Ich war ja eine ganze Zeit lang Vierter, also... Ja, ich bin schwarzhaftig gewesen. Du warst noch nie Fünfter bisher. Das ist auch sehr gut. Da gibt es halt keine Spieler hier. Wie können das denn so wenig sein? Naja, die haben halt gehört, dass du jetzt auf der Strecke bist und... Ja, zu dritt oder was? Ja. Ja, ich würde sagen, wir fahren das Rennen ja noch und dann suchen wir so einen neuen Raum. Ja, ich glaube auch.